Ja. Stell sie mal hin. Ja. Sie will doch stehen immer. Verdehn. Ihre acht Monate alte Tochter Diana ist der Mittelpunkt im Leben von Hares und Gitti Habib. Die drei genießen die Freiheit, wann immer sie wollen, rausgehen und ungezwungen miteinander lachen und spielen zu können. Umso trauriger macht Gitti und Hares der Blick auf die aktuelle Situation in ihrem Geburtsland Afghanistan. Die Möglichkeit zu haben, wie wir jetzt, einfach auf den Spielplatz rauszugehen, total frei und, ich sag mal, unbekümmert auf dem Spielplatz Zeit zu verbringen als Familie, können sie nicht, haben sie auch nicht. Und sie sind auch eingesperrt, das muss man genau so sagen. Und umso größer ist es ja immer wieder für uns, das zu verstehen, was für ein gutes Leben wir als Afghanen hier in Deutschland oder im Ausland haben, dass wir in Freiheit leben dürfen, in demokratischen Zügen. Und ja, das ist da aktuell gar nicht mehr gegeben. Auch seine Tochter Diana soll so aufwachsen. Aus diesem Grund wollen sie nicht tatenlos zusehen, wie die Taliban Afghanistan zugrunde richten, sondern helfen. Hares ist froh, dass seine Frau ganz genauso denkt wie er. Ihr liegt vor allem das Schicksal der Frauen in Afghanistan am Herzen. Dass die Frauen jetzt halt vollverschleiert sein müssen, das ist eigentlich die Pflicht in Afghanistan. Und ich denke, dass sich keine Frau wirklich trauen wird, mit dem Kind auf den Spielplatz zu gehen oder in irgendeinen Park zu gehen, weil alleine auf der Straße gesehen zu werden, ist schon eine große Sache für die Taliban. Die beiden leben in Karben bei Frankfurt. Mit Ansehen zu müssen, wie die Taliban wieder die Herrschaft in Afghanistan übernehmen, war für sie schlimm. Ich war total paralysiert. Ich war unter Schock. Die sind jetzt schon komplett wieder da. Man wusste ja schon vorher, dass die Taliban ja nie richtig weg waren, aber halt in äußeren Provinzen waren. Aber dann auf einmal zu wissen, wow, sie haben jetzt Kabul eingenommen und sind jetzt da in der Hauptstadt. Das war schon sehr hart für mich. Große Angst hat Hares um einen Teil seiner Familie, der noch in Afghanistan lebt. Seit mehr als zwei Wochen haben sie keinen Kontakt mehr. Aber Hares will nicht tatenlos zuschauen und abwarten, sondern helfen. Der frühere Profifußballer will ein Benefizspiel organisieren. Unter Vertrag war der heute 39-Jährige unter anderem beim KSV Hessen Kassel und er spielte sogar in der afghanischen Nationalmannschaft. Alle Einnahmen des Benefizspiels sollen an Organisationen gehen, die Menschen in Afghanistan helfen. Am 8. September fand das große Spiel im Kasseler Aue-Stadion statt. Unter dem Motto Pray for Afghanistan spielten die Afghanen in Grün gegen die Allstars von Hessen Kassel. Am Ende gewannen die Afghanen 7 zu 4. Aber das Ergebnis war nur Nebensache. Schließlich ging es um viel mehr als Fußball. Ich denke, wir haben echt ein gutes Zeichen gesetzt als Afghanen, gemeinsam mit dem KSV Hessen Kassel, mit Nordhessen, dass wir Solidarität gezeigt haben. Und mehr kann man sich nicht wünschen. Insgesamt sind an diesem Abend rund 13.000 Euro zusammengekommen. Ein Teil des Geldes soll an das Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte gehen. Der Verein hilft Afghanen, die für die deutschen Truppen tätig waren und deshalb fliehen müssen. Wegen der Corona-Situation findet die Scheckübergabe virtuell statt. Meine Kamera ist ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall ist es eine Summe von 5.000 Euro, die wir Ihnen mitgeben dürfen, die wir Ihnen überreichen dürfen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Denn das, was wir im Augenblick schwerpunktmäßig machen, nämlich Rettungswege überhaupt zu ermitteln, ist ja nicht das Einzige, was wir tun. Im Gegenteil. Denn danach beginnt erst wirklich unsere echte Arbeit hier in Deutschland mit den afghanischen Ortskräften, dass sie sich hier vernünftig integrieren können. Ob man das nun wahrhaben möchte oder nicht, vermutlich ist es so, dass sie sich hier eine neue zweite Heimat aufbauen müssen. Ja, wir drücken ihnen die Daumen, wünschen ihnen viel Kraft und Energie, und dass da gute Sachen bei rauskommen. Ja, Habib. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Die restlichen 8.000 Euro gehen an zwei Vereine, die sich um geflüchtete Frauen und Kinder aus Afghanistan kümmern. Hares Habib denkt darüber nach, im kommenden Jahr eine zweite Benefizaktion zu starten. Auf die Hilfe seiner Frau Gitti kann er dabei ganz sicher wieder zählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.